Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 817 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Diesmal haben wir gewonnen. Unsere Leistung war viel besser als das, was der Gegner von uns erwartet hatte. Diesmal haben wir gewonnen. Unsere Leistung war viel besser als das, was der Gegner von uns erwartet hatte. Diesmal sind meine Hausaufgaben sehr schwierig. Diesmal sind meine Hausaufgaben sehr schwierig. Die Schnecke kriecht über die Straße. Sie trägt ein Schneckenhaus. Die Schnecke kriecht über die Straße. Sie trägt ein Schneckenhaus. Die Schnecke kriecht über die Straße. Sie trägt ein Schneckenhaus. Mein Herz gehört nur dir. Bitte glaube mir. Ich meine es wirklich ernst. Deine Lungen hören sich gut an. Du bist wieder vollständig gesund. Ich arbeite gleichzeitig mit Desktop, Laptop und Smartphone. Susanne geht es wieder gut. Die Lungenentzündung ist komplett ausgeheilt. Susanne geht es wieder gut. Die Lungenentzündung ist komplett ausgeheilt. Wie viel muss ich dafür bezahlen? Reichen 80 Euro? Wie viel muss ich dafür bezahlen? Reichen 80 Euro? Das Frühstück ist gleich fertig. Das Frühstück ist gleich fertig. Meine kleine Schwester ist nicht auf dem Foto. Meine kleine Schwester ist nicht auf dem Foto. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Jetzt liegt es an mir, innerhalb weniger Stunden diese wichtige Entscheidung zu treffen. Ich freue mich immer über ein freundliches Gesicht. Ich habe es schon vorher gewusst. Das ist ein voller Erfolg. Ich habe es schon vorher gewusst. Das ist ein voller Erfolg. Zeig mir, was du gekocht hast. Es sieht gut aus und riecht gut. Zeig mir, was du gekocht hast. Es sieht gut aus und riecht gut. Ich habe völlig die Zeit vergessen und nicht daran gedacht, dass wir ein Treffen vereinbart haben. Heute werde ich mich impfen lassen. Heute werde ich mich impfen lassen. Davor habe ich keine Angst. Ich habe diese Kapseln im Badezimmer gefunden. Wozu sind sie gut? Ich habe diese Kapseln im Badezimmer gefunden. Wozu sind sie gut? Auf einem Volksfest röstet der Koch den grünen Spargel. Auf einem Volksfest röstet der Koch den grünen Spargel. Auf einem Volksfest röstet der Koch den grünen Spargel. Ich kann meinen linken Arm nicht mehr so gut nach hinten bewegen. Ich kann meinen linken Arm nicht mehr so gut nach hinten bewegen. Jetzt ist die Verspannung im Nacken komplett verschwunden. Ab und zu ist es auch notwendig, während der Arbeit eine kurze Pause einzulegen. Ab und zu ist es auch notwendig, während der Arbeit eine kurze Pause einzulegen. Auch in meinem Handwerksbetrieb ist das Arbeiten ohne moderne Technologie nicht mehr möglich. Auch in meinem Handwerksbetrieb ist das Arbeiten ohne moderne Technologie nicht mehr möglich. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und dann, den Kanal zu abonnieren. 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 Die Kanal zu abonnieren. Untertitelung des ZDF, 2020